Im siebenten Himmel, Originaltitel, Sevan's Heaven, ist ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1937. Unter der Regie von Henry King sind Simone Simon und James Stewart in den Hauptrollen zu sehen. Es handelt sich um eine Neuverfilmung des Stummfilms Das Glück in der Mansa der, 1927. Beiden Filmen lag als Vorlage ein Bühnenstück von Austin Strong zugrunde. Untertitelung des ZDF, 2020